So, und dann sind wir auch schon wieder. Zurück zu... Ihr ist da. Online. Die schon werden schon richtig. Ja, 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 alles gut. Ja. Ja, schicker Bogen übrigens. Ich weiß, den habe ich mir selbst... Der schmeichelt deinen Knücheln. Ja, ich weiß. Danke, schön, dass es dir auffällt. Ja, bitte. Mensch. War mir nicht so... Ich weiß nicht, ob der Bogen überhaupt zu mir passt, aber... Doch, doch, doch. Nett, dass du es ansprichst. Ja, gerne. Das wirst du doch. Ich weiß sonst nicht viel zu sagen, aber muss ich ja eh was sagen. Das stimmt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich gleich Stufe 32 bin. Was? Ich bin gleich Stufe 32. Ach so. Ja, das ist doch schön. Jo. Heisterin. Ja. Schön, dass du mich bei meinem Titel ansprichst. Okay, äh, Strandwächter. Sorry, stimmt. Oh, Mist, warte, habe ich. Das ist ja der Titel. Warte mal. Lala, leh. Hab ich. Lala, leh, leh, leh. Leider nichts mit Meister. Ah, doch. Haha. Verzauberungsmeister. Ja, gut, lassen wir mal so. Ist ja bald Karneval, was ja. Wieso? Wieso, deswegen meine Waffe so glitzert, weil ich das verzaubert habe. Ach, scheiße. Ja, gut, darauf bezogen ist, okay, das stimmt natürlich. Aha. Ja, ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Geh in die Ecke und schäme mich, bzw. ich geh in die Sturz. Ach nee, keinem mehr hier gar nicht. Ah, geh weg. Äh, wo ist denn mein... Ah, scheiße, weh, du... Weh, du bist wie... Kommst du mal bitte hierher? Ja, ich bin doch auf dem Wild. Funktioniert hier sonst so nicht. Was haben die Viecher denn, äh? 28. Zumindest die Fledermäuse. Die Bäume... 29. Und die Spinnen... 31. Fax ist, das sind keine netten Bäume. Ne, sie sind ja auch ruhelos. Glaubst du einfach ruhelose Bäume sind nett? Eventuell. Erzähl, ja. Das ist ja nicht. Wow. Was denn? Hm? Was? Ja, du hast wow gesagt. Ja, ich glaube auch da. Nein, ich habe gesagt, ich glaube auch. Ach so. Hallo, Herr ruheloser Baum. Tschüss, Herr ruheloser Baum. Als du da den jetzt rumgebracht hast, dass er jetzt mehr Ruhe hat? Ja. Okay. Ich habe die Hoffnung. Na gut. Ich bin eigentlich auch gerade nur auf der Jagd hier nach Spinnen. Das mal aus deinem Wunsch zu hören, irritiert mich gerade auf achtfache Weise. Ja. Ja. Du bist ein Spinnen, ja. Eigentlich meintest du doch die Konfrontation. Ja, ich muss sie ja leider fangen. Ach so. Na, das ist was anderes. Die brauche ich ja für eine Aufgabe. Und gleich bin ich Stufe 32. Kommt schon. Was ist das 33? 32. Kannst du sagen. Nee, 33 schaue ich heute auch noch, ja. Nicht erst mich hier überspringen. Erst mal eins nach dem anderen. 32. Ich weiß, wer nicht, wo ich dir das herkriegen soll, aber okay. Was brauchst du denn? Ich brauche irgendeine Aufzeichnung. Okay. Mitten hier im Ödland, oder wie? Nee. Ja. Hm. Na, dann können wir ja mal gespannt sein. Ich glaube, ich weiß zwar, wo ich sie finde. Aber? Aber ich weiß nicht, von welchen Gegner ich sie kriege. Und ich weiß auch immer noch nicht, wo dieser versteckte Meloneclans ist. Wobei doch, ich glaube, ich weiß, wie wir hinkommen. Okay. Ich glaube, ich habe zumindest eine Vermutung. So, euch treibe ich jetzt mal alle zusammen. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht dann direkt auf dich gehen. Und das merke ich dann schon. Als wäre tun sie das nicht so. Massen-Tötung. Nee. Ah, der geht auch. So. Ach, schön, so stark zu sein. Okay. Wie ist denn? Bin ich mit der Klasse? Ja. Hier ist dein Brief der Rebellion. Jetzt hast du den auch. Das siehst du vollkommen richtig. Ah, da kriege ich meine Aufzeichnung her. Von irgendeinem dieser Puzzis. Wobei... Ich sehe keine davon. Das, was ich brauche, habe ich nicht bekommen. Voll. Hm. Könnte ich es wagen, zu sterben und dann nicht mal das hinterlassen, was du eigentlich brauchst. Anna? Ja. Ich glaube nicht ganz sauber, ey. Ah, mein Inventar ist voll. Okay. Hier ist eine Aufzeichnung. Ja, ich weiß. Deswegen ist mir gerade aufgefallen, dass ich... Dass mein Inventar voll ist. Okay. So. Ja, ja, ich weiß. Ich geh weg. Holt mich. Ja. So. Gut. Dann... Für dich wird es jetzt spannend. Wieso? Äh. Weil die hier für dich zu stark sind. Ey. Glaube ich. Ja. Da wird es doch nicht spannend, da wird es eher gefährlich. Deswegen ja. Ach so. So. Komm hier nach. Wir müssen einmal auf die andere Seite des Lagers. Äh. So. So. Hier soll das dann wieder gehen. Komm mal so. Hi. Hi. So, dann mal hier runter. Ja. Schwoll. So. Dann mal hier wieder durch das Türchen. Wobei vorher möchte ich einmal ganz kurz meine Aufgaben, die ich abgeben kann, abgeben. Ach jo. Wollte ich vielleicht auch mal tun. Achso, und ich habe ja noch welche, die ich annehmen kann. Ich glaube, ich level wieder rückwärts. Nee, doch nicht. Kostet auch mal ein Level ab. Ja. Ist das nicht, 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 ist das nicht. Ist das nicht, ist das nicht, ne? Ja, das ist nicht. Mhm. Äh, naja, kurz die neuen Quetz durchgehen, sind nur fünf Stück. Ja. Okay, Karls, bitte Skelettknochen. Äh, ja. Äh, Sammelbereitschaft. Äh, Sammelbereitschaft. Offer eines Üssel-Skelettkriegers. Mhm. Gut. Äh, äh, ruheloser Wichter Nus, Soldat des Malonenplans. Ja. Zeig. Äh. Ähm. Äh, äh, verängstigte junge Frauen, Skelettkodaten 3. Ja. Äh, dass die jungen Frauen, glaube ich, eher weniger Angst vor den Skeletten, als vor dir haben. Und, äh, Marias, bitte, feines Feuerholz und Feuerholz 5. Nein. Gut. Dann ab durch Stargate. Mhm. So, hast du hier, äh, Quests? Ja, ich habe goldene Skulptur, siebenmal glühender Wolf und zwei Soldaten des Malonenclans. Okay. Die müssten hier, glaube ich, die goldenen Skulpturen bringen. Bis jetzt noch nicht. Äh, will ich auch. Okay, macht doch deine Attacke. Äh, hier. Äh, was brauche ich denn? Ich brauche Malone, so da, dass Malone ist. Glühender Wolf brauche ich auch. Okay. Da vorne sind die Wichte. Wichte? Ja, die glühende Wölfe. Der Wicht. Oh. Wie viel brauchst du davon? Äh, jetzt noch fünf. Insgesamt sieben. Ja, also wie ich. Sehr schön. Oh. Ja. Jo, einen noch. Jo. Es sind nur Soldaten des Malonenclans. Hm. Brauche ich auch. Gut. So. Oh, ich mache ja in einem Abwasch. Was liebe ich, diesen Angriff. Ey. Ja, damit kann man so wunderbar alle Gegner erwischen. Na ja, auch Flächenangriffe halt, ne? Deswegen. Deswegen. Schön. Deswegen. Das ist klar. Okay. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Ja. Ja. ja das war auch einer der selteneren kevings und hier muss es dann auch irgendwo zum verstecktes meloneclans gehen aber das machen wir gleich nachdem wir hier unsere aufgaben fällig haben wichtig ist so dass ich nachher noch zum friseur also warte ja dann wirst du wohl hinkommen nein jetzt muss ich jetzt mal aussortieren hier stellen wir sind was soll das eigentlich darstellen was was versuchst du da zu summen was ist das die melodie von dem was da im hintergrund läuft so ja gut ich hab die melodie aus er hilft so können nicht spielen ich hab ich habe den also noch ein bisschen scannert war halt aus oh gott wir sind noch immer noch nicht ganz rum also hier geht es um verstecktes mal ohne clans wobei eigentlich können wir das auch jetzt schon machen dann gehen wir auf dem rückweg da entlang das müssen wir durch kämpfen versteckt das mal ohne clans trinke ich einmal machen sie das energy multivitamin saft mit kohlensäure auch so schmeckt also die hier darfst du auch wieder platz machen die sind stufe 20 hier sollte das eigentlich kein problem für dich darstellen wenn du hilfe brauchst dann schreit genau dann schreit hilfe ausgesagt ist soll schreit ja ich geh hinten nein falsch richtung Dankeschön. Gerne. Steht zu Ihren Diensten. Ja. Ja. Okay, Inventar ist voll. Kupfer-Erds. Brauchen wir kein Kupfer jetzt? Nee. Nee, brauchen wir nicht. Ich höre sie zum Schmieden. Ach so. Aber... Prismenpulver brauchen wir. Aber kein... Prismenpulver... Doch da! Hier ist zweimal Prismenpulver. Äh... Äh... Musst du jetzt einmal hier kurz das... Hier durchgehen. Ich glaube... Warte... Das hier. Wo ich direkt vorstehe. Das hier. Ja. Ja, nehmt da aber nicht auf. Ach so, okay. Nicht erlaubt. Dann... Dann brauchst du das wohl noch nicht. Nein. So, dann nehm... Dann nehm ich das nochmal mit. Vielleicht kann ich es dann im Nachhinein geben. Dann können wir hier wieder raus. Na gut. Hey, der verfolgt mich. Was denn? Du willst nichts. Sag, sprich dich ruhig aus. Nein, nein. Doch, doch. Ich besteh... Ich besteh darauf. Alles gut. Ich besteh darauf. Hallo? Was? Was denn? Hä? Ne. Ich hab keine Worte, deswegen dachte ich... Oh, ist er noch da? Ja, bin ich. Ja, bin ich. Immer doch. Immer. Okay. So. Können wir jetzt diesen Part auch schon mal beenden? Komm wieder? Ja. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja, irgendwas stimmt heute nicht, das glaube ich. Und... Ja. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Wo ich dann endlich meine Frisur ändere. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.